Hallo liebe Frauen, heute zeige ich euch eine sehr einfache Sache. Was ist, wenn ein Mann sie bedrängt und an die Wand drückt? Wögelgriff oder am Hals oder an den Hand. Ist sehr geil. Ganz easy, du machst einen kleinen Schnabel. Ein einfachartiger Schlag, er lässt schon los. Jetzt packst du, boom, in die Genitalien und wegschieben und wegwenden. Nochmal, mit ein bisschen Übung ist es sehr schnell gemacht. Nochmal, langsam ein Schnabel, schlagen, sofort packen am Nacken, boom, wegschieben und nach Hause. Schnellformation natürlich, wenn ihr mich hier verbringt. Dann gehst du. Nochmal. Nicht nochmal.